Hey Leute, willkommen zurück zum neuen Vlog auf, mein Knapp. Und zwar, heute ist ein... Abgekehrt damit, wo... Ja, ja... Mir ist auch... Das war's da, ja... Heute ist... Mittwoch, wie schon gesagt, es ist Mittwoch, ja... Ich hab's nicht gesehen, die ganze Zeit. Und ja... Heute steht eigentlich... Ich werde euch auf jeden Fall erstmal eine Rolation. Und dafür... Wir müssen anlassen, oder? Aber... Was kann man auch beim Spocken nicht anlassen? Wer läuft mit Zuhören... Soll es noch vor der Pause... Kann ich jetzt überhaupt nicht jemanden... Ja... Ja... Und... Auf jeden Fall... Deswegen... Ich muss mich auch jetzt mal gerne rumziehen... Und ich erzähle das mal... Mäutigen Tag... Da würden wir kurz wieder... Jo, wir schreiben keine Fisi... Ja... Meine Vorbereitungen darauf brauchen wir wieder... Klasse... Weltklasse... Weltklasse... Das ist meine Vorbereitungen darauf... Ich nehm euch auch irgendwie was besonnen... Ich hab's nicht rein... Wuuu... Fertig... Ja... Einfach halt... Nur Spocken... Und... Auf jeden Fall... Bin ich jetzt fertig... Aber... Moment... Da... Bis vielleicht drei... Bis vielleicht zwei... Ich würde... Ja... Jetzt k savoir... Aber... Da finde ich halt... Wenn ich raus will... Ich versuche das Video... Dann ist hoch und man... War bist du... Ich hab's... Ich hab's... Mach's gut... Ja. Woh! Woh!